Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Yoshi's Island. Ah, Lucky 2 ist leer. Da hab ich ja so viel Bock drauf, wirklich. Lucky 2 ist Hinterhalt. Ah, das war das, eins der wenigen Level, wo man nach links gehen muss, anstatt nach rechts. Und wir kriegen zum ersten Mal Rüsen-Eier. Ja. Oh Mann, und ich bin jetzt schon wieder am Ende. Alter, du kannst mich mal. Da komm ich wahrscheinlich noch nicht hin, okay. Machen wir mal zwei Eier. So, jetzt haben wir das Riesensei zwar verloren, aber ist ja egal. Da oben sehe ich eine Blume. Ich esse jetzt erstmal hier alle auf, ja. So, die Blume holen wir uns mal. Dann machen wir uns mal hier auf, hab ich gesagt. Vielleicht ist... Ah, da war eine rote Münze. Sehr schön. Aber irgendwie muss man ja da hinkommen. Äh, ich glaube nicht, dass man da so hinkommt. Werden wir mal drauf. Wir gehen erstmal weiter. Ah, okay. Natürlich. Wo bringt mich das denn hin? Das hat nur die Münzen gebracht. Ach so. Ja gut, ich habe jetzt wahrscheinlich keine roten Münzen bei. Denke ich mal nicht. So fies, die ja auch sind. So fies müssen wir uns auch nicht sein. Ach, du Scheiße. War ja klar. Okay. Wow. Wow. Danke für nichts. Ganz ehrlich. Danke einfach für nichts. Wahnsinn. Ich zeige euch jetzt einfach mal das große Ei. Bam. Genau das macht das große Ei. Ah, vielleicht komme ich ja so dahin. Ha. Ist ja easy. War sogar eine Blume. Also hätten wir so oder so dahin gemusst. So, warte mal hier noch. Eine rote Münze. Da. Eine Trabbe. Oh. Okay. Ach, da ist ein Minigame. Alter, hat er schnell geschossen. War doch gerade noch einer mit einer roten Münze, oder? Alter, schießen die schnell. Ey, wenn da gerade einer mit einer roten Münze war, ne? Dann bin ich im Arsch. Ich habe vier. Ey, ich schwöre euch. Wenn ich da jetzt eine verpasst habe. Ich meine ja gut, das Minigame müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Deshalb hole ich den Schlüssel auch nicht. Okay. Okay. Ich sollte... Aber ich habe es getroffen. Ich habe es natürlich nicht getroffen. Jetzt. Boah, bin ich schlecht. Ich bin so schlecht heute. Wow. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht treffe. Na also. Und da waren da Sternis drin. Ja, super. Sternis. Okay. Ja, wie gesagt. Ich bin gerade ein bisschen schockiert, weil ich da einen mit einer roten Münze gesehen habe. Und er kommt nicht mehr wieder. Ich habe da jetzt ein bisschen Schiss. Ich will den jetzt wirklich nicht verpasst haben, ne? Okay. Naja, ich muss hoffen. Hoffnung ist das Einzige, was mir jetzt noch hilft. Ich glaube, hier war eine drin, ne? Ja. Sehr gut. Gut, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wo ich mich aber trotzdem... Oh, nein! Fuck it. Okay, da war eine rote Münze drin, ne? Da, noch eine. Okay. Acht rote Münzen. Was passiert, wenn ich... Mein Gott. Oh, Entschuldigung. Es gibt so viele Wege. Ach, du Scheiße. Natürlich. So, da kommt ihr mal her. Oh mein Gott. Okay. Bäm! Und die muss ich halt immer runter machen, weil ich Angst habe, dass da rote Münzen zwischen sind, ne? Ja! Natürlich. Schieße ich den jetzt selber in die Fresse. Hau ab. Egal, ich hab's soweit alles. Wie... Diese eine rote Münze, die... Was? Das zaut mir den ganzen Tag hier. Man, immer noch acht. Ich hab nur ne Blume bekommen. Ich werd so viel verpassen, Alter. Aber egal, dann mach mal dasselbe halt nochmal. Okay. Der fällt runter. Boah, gerade so da drauf, ey. Aber da waren rote Münzen. Immerhin. Ich muss weiter hoffen. Da könnten immer rote Münzen zwischen sein. Immer. Siehste? Siehste, sag ich. Da jetzt zum Beispiel nicht. Da jetzt auch nicht. Da muss ich mich jetzt mal kurz dran vorbeimogeln, weil ich will da drauf. Dann will ich auf die Wolke. Und dann ist da ein Scheiß. Wow, hat mir viel gebracht. Wahnsinn. Aber gut, das kann ich nicht vorher nicht wissen. Ah, da war noch eine rote Münze. Weg. Okay, erstmal hier drauf gucken. Es gibt so viele Wege, ne? Es gibt viel zu viele Wege hier. Was macht das? Er hat ne rote Münze fallen. Okay, ich glaube, ich glaube, das hier ist nur Bonus. Das kann ich machen. Da war sogar eine rote Münze. Da war sogar eine rote Münze ganz unten. Bei dem ganz Großen. Geh da rein. Ich brauche mal den Kollegen hier. Aber der Kollege, der muss mal für mich da rein. Für ganz, ganz viele Sternis. Und ich habe zu voll. Sehr gut. Ich möchte jetzt aber noch mal auf die andere Seite. Weil da könnten dann auch nochmal welche sein, ne? Wenn er auf der linken Seite ganz unten rote Münze war, kann hier auch noch eine sein. Und bestimmt ist da auch eine. Nein, das ist was anderes. Nur ein One-Up. Da oben. Wie komme ich denn bitte da hoch? Vielleicht damit? Da wären auch nur Sternis drinnen gewesen. Oh. Ja gut. Das war's dann wohl vorerst. Äh. So, mir fehlen drei rote Münzen und zwei Blumen. Es fehlen nur noch eine rote Münze. Alter, hier sind wir viel zu viele. Hier sind wir viel zu viele. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da oben auch noch. Okay. Ja gut, rechts tut es wahrscheinlich weit. Habe ich den nicht gerade gegessen? Da ist auch eine kalte Blume. Ey, die kommen alle wieder. Wow. Okay. Nein. Das ist aber keine rote, oder? Nee. Da falle ich doch bestimmt runter. Ich will wissen, was da oben ist. Es lässt mir keine Ruhe. Es lässt mir keine Ruhe. Mir fehlt eine Blume. Eine rote Münze. Und wenn mir wirklich eine rote Münze fehlt, die ganz am Anfang war, dann raste ich aus. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Boah, schaffe ich das? Ich weiß es nicht. Boah, ich habe es geschafft. Und was jetzt? Das ist hier gar nichts, oder was? Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Und wenn da eine fucking Blume ist, irgendwas muss hier sein. Das kann ich nicht sein. Das glaube ich dir nicht. Da geht es ja noch weiter. Nein, Mann! Scheiße, wie habe ich das eben geschafft? So. Und dann weiter. Und dann weiter. Okay, wo jetzt? Nein! Es ist ein verficktes Glücksspiel. Es ist ein verficktes Glücksspiel. Das Schlimme ist, ich kann ja kein Quick-Safe machen. Ich muss jetzt eins nehmen. Das war bestimmt so das Falsche. Nein! Ich habe sie bekommen! Oh, nice! Aber mir fehlt natürlich eine rote Münze. Das ist wahrscheinlich die vom Anfang, oder? Ey, das würde mich so ankotzen. Das ist keine. Das ist auch keine. Die zwei sind auch keine. Beste Wart, verpisst euch mal. Alle jetzt. Was ist hier noch? Sternis. Kann ich jetzt gerade nicht wirklich gebrauchen. Da. Spaß. Ich habe alle Sternis. Wow. Aber mir fehlt eine rote Münze. Und das war die am Anfang. Die ich gesehen habe. Warum ist denn jetzt hier? Wird aber jetzt nicht die letzte rote Münze kommen. Bist du ein guter Fahrer? Dann gib Vollgas. Drücke B, um die Gegner zu überlisten. Ja, wir verhandeln. Wir verhandeln jetzt. Ja, wir verwandeln uns jetzt in ein Auto. Und ich war natürlich richtig, scheiße. Ich will trotzdem natürlich... Alle Münzen mitnehmen. Ah! Könnte ja doch... ...eine rote dabei sein. Aber das war sie nicht. Scheiße. Mir hat die am Anfang gefehlt. 99 Prozent. Damit bin ich nicht zufrieden. Bonusspiel. Ja, gut. Wir machen das Tablet jetzt einfach nochmal. Weil der letzte Part, der so kurz war, habe ich ja gesagt. Wir machen ein bisschen länger. Und das heißt, wir machen das Tablet einfach jetzt nochmal. Äh, diesmal werde ich aber nur durchwaschen, weil ich jetzt ungefähr weiß, wo alles ist. Keine Sorge. Das wird jetzt nicht so ewig lang dauern wie jetzt gerade. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Ich weiß jetzt nicht, was du siehst. Äh, Glückskarte. Ja, Glückskarte. Äh, da nehme ich die hier. Und ja, eine Melone. Ist okay. Besser als nichts. Das Beste wäre wahrscheinlich das Power-Up gewesen. Weil das auch Sternis gibt, aber... Oh, der Boss. Nice. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Aber den sind wir erst im nächsten Part. Denn wir machen jetzt nochmal das Level. Und 100-200%. So, Lagi-Tools in der Haut. Hier könnte ich mich mal am Arsch. Ich wollte jetzt erstmal ein paar Eier. Nee. Dann hole ich mir die Blume. Und dann springe ich in den Gegner rein. Weil der Gegner... Der ist gut. Äh, ja. Von mir aus? So, ich hole mir jetzt... Den Gegner von da hinten. Genau, der hat mir gefehlt. Der war der dritte, der mir gefehlt hat. Der kam nämlich am Anfang nicht. Eigentlich hat mich das Spiel so ein bisschen verarscht. Muss man ja leider sagen. Ich renne auch noch da rein. Aber gut, dass der nicht wegfliegt. Die anderen drei waren halt welche, die weggeflogen sind. Das war halt das Problem. Und, äh, ja. Wie ihr seht... Hätten wir jetzt eigentlich schon soweit alles. Ist halt blöd, dass man halt alles nochmal sammeln muss. So, da oben die Sterne, das hätte ich ja schon gerne. Auch wenn ich wahrscheinlich wieder Jahre brauche, um da Ding zu treffen. Großen Eingang. Nein, diesmal sofort. Ah, nein, Sterni! So, da war jetzt nichts mehr. Neue Eier. Na, kommen die vier... Reichen mir. Scheiße auf das Bonus-Spiel. So, ich scheiße jetzt auch auf euch. Außer auf die, die mir ein bisschen gefährlich werden können. Dann einmal die Blume. Äh, war das... Das war die zweite Blume. Die rote Münze. Dann könnt ihr mich alle malen. Ja. So. Natürlich. Natürlich passiert mir immer das. So, ich passe jetzt auf. Da war auch nochmal eine rote. Da war auch nochmal eine rote. So. In den Sternkreis. So, jetzt habe ich neun. Da hatte ich vorhin acht. Das ist ja schon mal etwas. Dann einmal hier rein. Da war nämlich, glaube ich, eine Blume am Ende. Rob. Rob. So. Dich nehmen wir mit. Bader body. So. Dich nehme auch mit. So. Hier war, hier war jetzt, glaube ich, keiner. Aber ich mache es einfach trotzdem mal. Weil ich mir unsicher bin. So. Dann hole ich mir die drei Sternis. Da war in der Tat keiner. Und dann war hier hinten eine Blume. Nein. Ach, natürlich hat er mich wieder erwischt. Egal. Ich denke, die Sternis kriegen wir voll. Da kam ja, da kam ja auch nochmal ein Sternkreis am Ende. Von dieser Autopassage. So. Drei Blumen. Neun. Rote Münzen. Sollte eigentlich passen. Oh, das. Ja, das war jetzt. Ganz nicht so easy. Aber da man ja eigentlich weiß, dass hier keine roten Münzen frei waren. Sondern die am Ende kamen. Und zwar hier. Ist das eigentlich relativ easy. Gut. Dann sind wir hier. Das muss ich hier auch nochmal alles kaputt machen. Weil ich auch hier nochmal keine Ahnung mehr hatte, in welchen jetzt eine rote Münze drin war. Ja, komm, hier nehme ich dich. Da war eine rote Münze. Da habe ich mich beinahe erwischt. So, das kann ich ja jetzt kaputt machen. Ich komme da ja anders hin. Dich nehme ich mal mit. Da war eine rote Münze. hoch. Ich nehme auch mit. Gut, da gehe ich aber jetzt zum Schluss hin. Wie eben. Ich hole mir jetzt erst mal die hier. Da ist sie. Ah ne, hier war ja das. Das war noch. Richtig. Kann ich jetzt eigentlich theoretisch auch mit einem A hier reinbeilen? Ne. Ich glaube, das ist zu schwer. Das heißt, ich nehme wieder den Gegner von da hinten mit. Da war auch eine rote Münze drin. Hier waren, glaube ich, da Sternis drin. Ja. Wenn ich ja großes Glück habe, brauche ich die Sternis von da gar nicht. Ich nehme mal mit. Waren das alle roten Münzen? Ne. Ich war gerade bei Wunder welchen Wunder bekommen habe. Aber gut. Waren abwürdig. Da freue ich mich über. So. Dann sollte hier jetzt eigentlich nichts mehr sein. Ah ja. Die eine rote Münze. Genau. So. Dann hätte mal 18. 20. Richtig. Ja. So. Dann war eine Blume da oben. Die holen wir uns jetzt. So. 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 Und schon. Ich hoffe. Ich habe eigentlich genug Eier. Aber ich hoffe, ich treffe jetzt das Richtige. Ich weiß das irgendwie noch. Welchen war das denn? Das war der, oder? Ja. Nice. Eine Blume noch. Zwei Sternis. Wie ich die Sternis kriege, äh, wie ich die Sternis kriege, weiß ich auch schon. Und zwar passt auf. Ich verballere jetzt mal kurz ein paar Eier. Und dann mache ich den da. Und dann habe ich nur einen getroffen. Nein, zwei. Das reicht mir schon. Aufpassen. Ich habe den auch. Da kommt natürlich da oben einer. Aber. Schnell. Ich habe alles. Ich habe 100%. Und das heißt, ich muss das Level nur noch beenden. Ja. Ich rede mich über die Sternis auf. Ich habe ja nochmal einen Sternenkreis. Richtig. Richtig. So. B drücken, ne? B. Ich habe das am Anfang so ein bisschen verkackt, weil ich das... Weil der geht immer ein bisschen später hoch, wenn man drückt. Das heißt, du musst ein bisschen früher drücken. Hallo. Nein. Auge schon. Miau. Zack. Oh, jetzt habe ich den einen übersprungen. Sollte aber egal sein. Das ist auch. Scheiße, auf das One-Up. Wir haben die 100%. Easy. Und das nur, weil ich beim ersten Mal diesen einen wegfliegenden Kack-Scheigai da nicht... Gepeilt habe, ey. Schade. Im First-Play wäre es natürlich cooler gekommen. Aber somit sind wir dann das Schloss im nächsten Part. Da haben wir dann jetzt die 100%. Und dann würde ich sagen... Wenn es euch gefallen hat, schaltet beim nächsten Schloss wieder ein. Das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.